Ja, wie soll sie denn aussehen? Groß, klein, schlank, üppig? Aha, hübsch! Darf ich mal bitten? Nein, nein, Sie! Nein, nein, Sie, Fräulein! Ich selbst? Ja, ja, Sie! Sehen Sie, Sie mit Ihrem künstlerischen Personal. Fahren Sie auf dem schnellsten Weg ins Kolosseum Theater und melden Sie sich mit dieser Karte. Dankeschön, es hat ja geklappt wie noch nie. Guten Morgen!